Milena, dein Tipp? Spaltung oder endloses Siegtum oder irgendwas Drittes? Also ich glaube, die CDU befindet sich in ihrem Herbst. Übrigens ist heute Herbstanfang. Also okay. Karl Laulis, grüßen. Ich könnte mir vorstellen, Sie hätten noch eine Chance, wenn Sie den Praktikanten, der diese Tieflist-Nummer zu verantworten hat, zum neuen Vorsitzenden machen. Wahrscheinlich teilen die sich eine Praktikantin mit dem Grünen. Also das muss ja eine Praktikantin-Sternchen sein und bestimmt teilen die sich das aus Kostengründen. Nee, der Praktikant ist möglicherweise rausgeschmissen oder befördert worden, weil jeder redet wieder über die CDU. Das ist ja auch lange nicht so gewesen. Herr Merz versucht immer Aufmerksamkeit zu haschen, auch auf X, vormals Twitter. Aber das ist halt auch nicht so. Und Linnemann, der wirkt wie so ein, ja.